Er ist auf dem Feld der zentrale Fixpunkt beim VfB Stuttgart. Daniel Didawi, Eigengewächs, lange von Verletzungen geplagt und seit einem Jahr Leistungsträger in einer Mannschaft, die jetzt endlich ihr Potenzial abruft. Für den Spielmacher erklärbar. Wunder würde ich nicht sagen. Es war ja auch immer davor schon so, dass man immer gesagt hat, VfB hat so viel Qualität und die werden da schon irgendwann unten rauskommen. Aber irgendwie hat immer was gefehlt. Wir haben ganz gut gespielt, aber wir haben zu viele Tore kassiert, haben vorne die Chancen nicht gemacht. Und da war jetzt Jürgen Kramny sehr wichtig, muss man sagen. Er hat es geschafft, uns offensiv unseren Freiraum zu lassen. Aber er hat es auch geschafft, dass wir wieder viel stabiler als Mannschaft auftreten. Und ich denke, das trägt jetzt Früchte. Denn seit Kramny da ist, spielt der VfB nicht nur schön wie unter Zorniger und rennt ins offene Messer. Der neue Trainer hat es verstanden, die Defensive zu stabilisieren, ohne die Mannschaft ihrer Offensivstärke zu berauben. Spielerisch brauchen sich Didavi und Co. in der Bundesliga vor kaum jemandem zu verstecken. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, man sieht es ja auch. Es gibt kein Spiel, außer wenn Bayern oder Dortmund gegen uns spielt. Da ist vielleicht dann noch ein Qualitätsunterschied. Aber sonst, denke ich, sind wir immer mindestens auf Augenhöhe. Das spricht für uns. Aber wie gesagt, vor ein paar Wochen sah alles noch viel schlechter aus. Und von daher sind wir gut beraten, wenn wir so weitermachen, aber nicht irgendwo das Träumen anfangen. Denn nach den schwierigen letzten Jahren mit vielen Rückschlägen trauen sie in Stuttgart dem plötzlichen Aufschwung noch nicht so ganz. Im Dezember noch Abstiegskandidat, plötzlich Anwärter auf Europa. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg und es gibt keine Anzeichen dafür, dass es jetzt wieder auf einmal schlechter wird. Aber man muss einfach die letzten Jahre sehen. Und da waren wir einfach in der Dauerkrise. Es gab immer mal so kurze Phasen, wo du gedacht hast, okay, jetzt zeigt die Mannschaft ihr Potenzial und jetzt geht es aufwärts. Und dann kam wieder der Rückschlag. Und von daher, wir sind gut beraten, wenn wir realistisch bleiben und einfach unsere Arbeit machen. Wie lange die Davi seine Arbeit aber noch in Stuttgart macht, ist unklar. Sein Vertrag läuft aus, verlängern wollte er ihn bislang nicht. Immer wieder ploppen Wechselgerüchte auf. Wolfsburg und Leverkusen sollen interessiert sein. Doch es gibt auch Argumente für den VfB. Ich spiele hier seit der F-Jugend. Ich habe viel mitgemacht. Der Verein hat viel mit mir mitgemacht. Und ich komme von hier. Meine Familie ist hier. Ich bin glücklich hier. Aber vielleicht ist auch mal mit 26 der Zeitpunkt, mal was Neues zu machen. Vielleicht, wenn man die Chance hat, zum Verein zu gehen, der andere Ambitionen hat. Vieles deutet momentan auf Didavis Abschied hin. Doch sollte der VfB das internationale Geschäft erreichen, wer weiß, vielleicht bleibt Daniel Didavi dann ja doch.